Wir sind heute hier in Wacken, in Straßburg-Wacken, bei der Messe von den Vigneron Indépendant. Da kann man jedes Jahr im Februar, findet die Messe statt, hingehen als Endverbraucher und sich durch komplett Frankreich, durch die Weinregionen der unabhängigen Winzer durchprobieren. Wir machen das alle Jahr oder alle zwei Jahre. Wie ihr seht, ist hier die Hölle los. Das ist immer von Freitag bis Montag. Wenn du noch eine große Auswahl haben möchtest, dann empfiehlt es sich, Freitag und Samstag zu kommen, weil hier werden sackkarrenweise die Weine rausgeschleppt. Das macht unglaublich viel Spaß, hier sich durchzuprobieren, aber du brauchst auch echt Nerven und Geduld. Wir legen jetzt los und schauen mal, was wir heute Neues entdecken.